In der Dunkelheit hustet ein Pony. Wer war es? Stille herrscht. Ein dämmerig violettes Licht sprang ins Leben. Sperrlich beleuchtete Twilight Sparkles Horn den engen, fensterlosen Raum mit den sechs Ponys darin. Eine Welt von dunklem Violett und Tintenschwärze zeigte sich auf. Farben zersprangen bei der monochromen Aura des magischen Hilfsmittels. Schatten sammelten sich in den Ecken und lauerten jenseits der Reichweite des Einhornzaubers. Rainbow Dash sah wie Twilight Sparkle über jede ihrer Freundinnen in einer Wendung blickte. Niemand sprach. Silhouetten tanzten entlang den Wänden, hervorgerufen durch das Flackern und Verschieben des Lichts, als das Einhorn seinen Kopf bewegte. Pinkie Pie kauerte nahe der verbarikadierten Tür, die Augen weit und verständnislos in eine ungewissene Ferne starrend. Der Bäcker zuckte leicht und quetschte den Sack Mehl, den sie so fest gegen ihre Brust hielt. Im einzigen Bett des Raums lag Rarity gleich bei Applejack, den Kopf in des Farmers Schulter vergrabend. Der Schneider zitterte und schluchzte leise. Dash wusste nicht, ob das Einhornstrangsal wegen ihrer Situation oder ihrer Hygiene war. Der Raum stank von ungewaschenen Körpern und Rarities Mähne, wie die jedes anderen Ponys auch, war wirr und filzig und lag schwer von Schmutz. Applejack für ihren Teil startte lediglich stoisch zurück zu Twilight Sparkle, als der Blick des Bibliothekars sich zu ihr wandte. Und dann war ihr Blick auf Dash und auf Fluttershy. Die beiden waren in Umarmung gefangen. Es war der einzige Trost, den sie in diesem Raum hatten. Das Wetterpony fand ihre Stimme, als das andere Pegasus begann zu schaudern. Was macht das schon? Twilight Sparkle runzelte die Stirn. Werde vernünftig, Dash. Es ist besser fünf kommen durch, als keiner von uns. Husten ist die einzige Warnung, die wir haben. Gut genug durchtrang Fluttershy's Flüstern den geschlossenen Raum. Können wir nicht abwarten und sehen? Es könnte nur Staub oder die Kälte gewesen sein. Bitte? Ich wünschte wirklich, wir könnten das riskieren, Fluttershy, sprach Twilight. Der scharfe Ton ihrer Stimme erweichte etwas. Aber es gibt kein Zurück. Wenn es erst das endgültige Statum erreicht hat. Du hast selbst gesehen, was da draußen passiert ist. Willst du das wirklich auch hier drin? Applejack seufzte und sprach dann. Sie hat recht, Zuckerstückchen. Es ist erst gegen Ende ansteckend. Wir müssen eine Wahl treffen. Ein oder sechs Tote. Rainbow Dash knirschte mit ihren Zähnen. Gibt es nichts, was wir tun können? Kann deine Magie es nicht heilen? Es aufhalten? Es verlangsamen? Sie pausierte und fügte dann in einem Flüstern hinzu. Irgendwas? Das Einhorn schüttelte den Kopf. Selbst die Prinzessin kann es nicht heilen. Es kann nur die Ausbreitung eindämmen. Jeder Träger hat zu sterben. Das ist der einzige Weg, den Rest von uns zu retten. Der einzige Weg, den Rest von Equestria zu retten. Du weißt das, Dash. Die Zeit drängt. Warum stellst du dich quer? Das Wetterponys Mund arbeitete, aber keine Worte kamen hervor. Flutterscheiss Stimme, plötzlich voller Zuversicht, füllte die Lücke. Ich weiß, ich habe gehustet. Rainbow Dash gaffte zum anderen Pegasus, die Augen weit mit Schock und Entsetzen. Die Stute mit der pinken Mähne drehte sich, um zu ihr zu schauen, und sprach erneut zögerlich. Ist schon gut, es wird schon gut. Ich könnte nicht mit mir leben, wenn jemand von euch stirbt. Und ich hätte es verhindern können. Es ist besser so. Dash schüttelte langsam ihren Kopf und flüsterte ein einfaches. Nein. Applejacks Stimme war grimmig. Sie hat sich entschieden. Es ist eine harte Entscheidung. Aber Flutterschei hat die Kraft eines Ochsen innerlich. Wie können wir... Wie soll sie... Das Pegasus verstummte. Twilight Sparkle seufzte und sank zu Boden. Wir haben keine Waffen und ich bin nicht in Kampfmagie geübt. Selbst wenn ich es wäre, ich kann es nicht sein. Du musst es sein, Dash. Was? Warum ich? Das Einhorn schaute weg. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du niemals nur beiseite stehen und zulassen würdest, dass eine von uns einen Huf an deine Fohlenfreundin legt. Geistig weißt du vielleicht, dass es notwendig ist, aber deine Emotionen sind es, die dich ausmachen. Frag dich selbst. Wenn es an einer von uns liegen würde, würdest du wirklich wollen, dass irgendeine andere außer dir ist, die... Die... Rainbow Dash hob sich auf die Hufe. Du hast recht. Der Stutenstimme war hohl. Sie trat einen Schritt von dem anderen Pegasus weg. Applejack sprach. Flutterschei, steh auf und leg deinen Kopf gegen die Wand. So geht es ein bisschen... Ein bisschen... Die Stute hielt ihre Tränen zurück. Schneller! Es tut mir so leid, Rainbow Dash. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, sagte Twilight. Das Pegasus mit der Regenbogenmähne schaute über ihre Schulter, um die Augen der Stute zu treffen, die sie liebte. Flutterschei folgte dem Rat des Erdponys. Für einen Moment schauten sie still zueinander. Letztlich fand Dash Worte, so unzureichend sie auch waren. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Es tut mir so leid. Das andere Pegasus erwiderte, mit zittriger Stimme. Ich liebe dich auch. Und ich vergebe dir. Es ist besser so. Nur, geh bitte sicher, dass sich jemand um die Tiere kümmert, wenn all das vorbei ist. Wenn alles wieder beim Alten ist. Rainbow Dash flüstert. Ich verspreche es. Sie zielte sorgfältig. Ein Tritt. Es würde schnell vorbei sein. So viel hatte sie wenigstens verdient. Wenn sie sicher war, sie würde treffen. Sehend oder nicht, sprach sie. Mach das Licht aus, Twilight. Kein Pony soll das sehen müssen. Das Horns Glimmen verging. Jahre des Rennens und des Wolkentretens stellten Dashs Muskeln. Sie bäumte sich auf ihre Vorderläufe, sammelte all ihre Kraft und trat aus. Sie traf. Ein dumpfer Aufschlag begleitet von dem Gefühl warmer Tropfen, die über ihre Flanke spritzten. Es war gefolgt von einem schrillen Stöhnen des gepeinigten Ponys hinter ihr. Rainbow Dash reagierte auf Flutterscheiss fortwährendes Leiden ohne Gedanken. Erneut bäumte sie sich auf und trat wiederholt aus. Für sich selbst sichergehend, fügte sie durch schnelles Flattern ihrer Schwingen dessen Kraft hinzu. Mit ihrem vierten Tritt stoppte der Stutentotenklagen in einem abscheulichen Knirschen. Der wetterstute Hufe fielen zurück zu Boden. Zitternd stand sie da. Ihre Augen weit und ihr Herz sprang ihr nahezu aus der Brust. Ihre Fesseln waren getränkt mit klebrigem Blut. Sie fühlte, wie es begann zu gerinnen. Ungeachtet, ob das Schlamassel abfärben würde, fragte sie sich, ob ihr Fell nun wohl immer die roten Rückstände ihrer Tat behalten würde. Leise weinte sie für sich. Stille herrscht. In der Dunkelheit hustet ein Pony. Stil. Jetzt müssen wir uns in der Dunkelheit herrscht prescribed.